Wir sind 20 Minuten vom Flughafen entfernt, zehn Minuten nach München, also ich glaube einen viel besseren Standard kann man sich nicht vorstellen. Tennis, Fitness, wir bekommen alles, also es ist alles, aber nicht Bord. Ich habe mein bestes Ich noch nicht erreicht und da denke ich, dass Markus mich dahin bringen kann. Er ist ein sehr guter Trainer. Er war ein professioneller Spieler, also er kennt viele Dinge über Tennis. Es ist eigentlich eine sehr gute Anlage für die Turniervorbereitung, weil wir hier drei verschiedene Belege haben. Musik 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 Es gibt vieles drum herum. Also es gibt einen Beachvolleyballplatz, es gibt Fußballplatz, Rude Regatta. Musik Die Zimmer sind sehr schön geworden. Also hier, man steht auf, Frühstück ist schon da, ist gerichtet. Musik Es wächst alles zusammen, Europa wächst zusammen. Wir haben aus Serbien Schüler hier, aus Griechenland, aus Deutschland, aus Kroatien eigentlich aus aller Herren Länder. Und ich finde, dass es sehr wichtig ist, da auch in den Horizont zu erweitern, international zu arbeiten. Musik 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 Musik